Recording in progress. Die Kugelk. Bildungsmatter. ... zu unserem Webinar Planung einer Management- und Bedieneinrichtung für den effizienten Gebäudebetrieb. Ich möchte Ihnen in rund 60 Minuten aufzeigen, warum Sie eine Management- und Bedieneinrichtung unbedingt vorsehen, müssen oder sollten, wenn Sie einen Zweckbau realisieren und was Sie auf jeden Fall an Fehlern vermeiden sollen, um am Ende auch ein erfolgreiches Projekt zu haben. Nach einer kurzen Vorstellung würde ich Ihnen den Zielen und den Umfang der Gebäudeautomationsplanung nochmal anhand der geltenden Regelnwerke erläutern und würde dann insbesondere an die Rollen der Gebäudeautomation in Verbindung mit dem Energiemanagement eingehen, aber auch mit dem Facility-Management und insbesondere die Anforderungen, die Sie heute stellen müssen, damit Sie auch in Zukunft ein vernünftig laufendes System haben, definieren. Und zum Schluss als Zusammenfassung Ihnen nochmal aufzeigen, wie Sie die wichtigsten Fehler vermeiden können. Mein Name ist Christian Wild und ich bin der Gründer und auch Geschäftsführer der ICONAC Leittechnik. Wir sind seit vielen Jahren aktiv in dem Bemühen, den Gebäudebetrieb energieeffizienter und aber auch von den Prozessen her die Betriebsführung effizienter zu gestalten. Ich engagiere mich in verschiedenen Gremien und wir arbeiten auch mit verschiedenen Hochschulen zusammen. Unser Motto heißt Make Building Smarter und wir versuchen das auch zu leben und ich hoffe, dass Sie auch von unserem Know-how hier in diesem Webinar etwas profitieren können. Vielleicht ganz kurz der Werbeblock vorab zu unseren Produkten oder zu unserem Kernprodukt. Das nennt sich BICON für Building Control. Goal ist seit rund 25 Jahren auf dem Markt und ist ein Produkt für die Realisierung von Gebäudeleit- und Energiemanagementsystemen auf herstellerneutraler Basis. Das heißt, wir integrieren alle Gewerke in einem System und benutzen dabei die üblichen offenen Schnittstellen, die sich mittlerweile doch sehr stark etabliert haben. Angefangen von Bucknet und KNX über Modbus, OPC, aber auch Mbus und viele andere Schnittstellen, die es uns ermöglichen, viele, viele hundert Hersteller so zusammenzufassen und in einem offenen Leitsystem zusammenzufassen. Grundsätzlich hat BICON folgende Funktionen. Das sind so diese klassischen Management- und Bedieneinrichtungsfunktionen wie das Alarm- und Eventmanagement, das Hinterlegen von Handlungsanweisungen aufgrund von Alarmen oder Ereignissen, das Zeitplanmanagement, ein Modul zum Energiemanagement, zum Trendmanagement und auch zur Realisierung der Bedienfunktionen, also zur Visualisierung von gebäudetechnischen Anlagen sowie umfangreiche Schnittstellen. Das Produkt richtet sich dabei ausgerichtet nach den üblichen Regelwerken sicherlich die VDI 3814 als jetzt gerade auch 2019 neu aufgelegte Richtlinie für die Planung und Umsetzung und Betrieb von Gebäudeautomationssystemen, aber auch die DIN ISO 16484 oder die ISO 50001, also die Weltgebäudeautomationsnormen oder die Norm für Energiemanagementsysteme. Grundsätzlich sammeln wir quasi mit BICON die Daten ein aus den Gewerken der Gebäudeautomation, der Energie- und Verbrauchsdatenerfassung, aber auch von anderen Systemen mit besonderen Aufgaben oder Fremdsystemen liefern die Module eben Management und Bedieneinrichtung, Energiemanagement und auch ein Portal, um dann ein Liegenschaftsportfolio effizient zu bewirtschaften. Und auch schon die letzte Folie im Werbeblock hier, die vorletzte. Wir haben viele tausend Anwendungen in den unterschiedlichsten Gebäudetypen angefangen, klar von Büro- und Verwaltungsgebäuden, aber auch energieintensive Rechenzentren, Schulen und Bildungseinrichtungen etc. Sie finden BICON überall in Deutschland in den unterschiedlichsten Gebäudetypen und bei den unterschiedlichsten Größen von Organisationen und Firmen. Wie ist das möglich? Wir haben ein relativ dichtes Netz an Systemverwendern in ganz Deutschland, die wir mit unserer Software unterstützen, die wir auch schulen. Wir schulen natürlich auch Endkunden, also Endanwender oder Bauherren in der Nutzung der Systeme und wir unterstützen sie auch, sowohl unsere Partner als auch unsere Systemanwender oder Bauherren bei dem Betrieb ihrer Anlagen. Es gibt auch Kunden, die Wert legen, von uns als Softwarehersteller betreut zu werden. Auch das ist etwas, was wir gerne leisten, auch gemeinsam mit unseren Systempartnern. Fangen wir an mit den Grundlagen für die Gebäudeautomationsplanung. Hier kurz GA-Planung beschrieben und in der VDI 3814 sind die Themen Wirtschaftlichkeit, Energieeffizienz, Energiemanagement und Betriebsführung oder Betriebssicherheit sind unter anderem als Ziele der Gebäudeautomation genannt. Und das sind auch die Ziele, in denen wir in diesem Webinar besonders eingehen wollen. Warum ist das so? Das verstehen Sie auch im Rahmen unseres Webinars gleich viel, viel besser, weil nämlich, wenn wir uns ein Gebäudeautomationssystem auf Basis der einschlägigen Regelwerke anschauen, dann sehen wir die 3814, die Neuauflage, die vereint heute die Raumautomation, was früher eine eigene Richtlinie war, die 3813, und die Anlagenautomation, die schon immer auch in der 3814 geregelt war, zusammen und setzt darüber das Gebäudeautomationsmanagement, also die Management-Ebene, die zum Überwachen, Bedienen und Beobachten dient. Und das ist eben auch im Wesentlichen unser Gewerk, an das wir dann natürlich auch noch andere Fremdsysteme ankoppeln. Und warum ist das so besonders wichtig, auch wenn Sie insbesondere an Energieeffizienz und Zukunftssicherheit denken? Ich vermute mal, vielen von Ihnen ist es schon bewusst. Einige wissen es vielleicht noch nicht oder haben es nicht so präsent. Wenn Sie, und das ist eine Grafik vom Weltenergieprogramm, wenn Sie anschauen, wo wird weltweit am meisten Energie verbraucht, dann ist das nicht der Transport, also nicht der Straßenverkehr und der Transport von Gütern und Menschen. Es ist auch nicht die Industrie, sondern es ist das Gebäude. Nämlich 41 Prozent des weltweiten Energieverbrauchs wird in Gebäuden verbraucht. Und deshalb spielen auch Gebäude im Rahmen der Energiewende eine ganz besondere Rolle. Und der Großteil der Energie, die in Gebäuden verbraucht wird, wird eben für die Beheizung und Kühlung und Belüftung der Gebäude verbraucht, nur der kleinere Teil, also der Großteil ist Wärmeenergie, nur der kleinere Teil ist Strom in den Gebäuden. Das wird sich zukünftig natürlich auch mit dem zunehmenden Einsatz von Wärmepumpen etc. ändern. Aber das ist der Status quo hier zu den Zeiten, als diese Daten erhoben wurden, ungefähr 2015, 2016. Und es wird eigentlich noch viel deutlicher, dass es notwendig ist, im Gebäude Energie zu sparen und auch Gebäudeautomation einzusetzen, wenn wir in das Gebäudeenergiegesetz schauen. Sie wissen wahrscheinlich, das Gebäudeenergiegesetz hat im letzten Jahr die Energieeinsparverordnung und das Erneuerbare-Energiengesetz und das Erneuerbare-Energie- und Wärmegesetz unter anderem zusammengefasst in einem Gesetzeswerk. Und wenn Sie anschauen, wo dort überall Gebäude verbraucht werden und auf welche Werte sie kommen sollen, ist einfach ein moderner Zweckbau nicht mehr ohne Gebäudeautomation realisierbar. Also die Energieeffizienzziele sind einfach ohne moderne Technik nicht mehr schaffbar. In dem Zuge hatte ich eine kleine Umfrage gemacht. Wir haben ja jetzt heute nur eine Aufzeichnung. Die Teilnehmer von Ihnen, die diese Aufzeichnung sehen und beim letzten Mal dabei waren, die können sich erinnern, dass wir eine kleine Panne hatten und deshalb das Webinar jetzt gerade heute aufzeichnen. Wir hatten seinerzeit gefragt, wer der Zuhörer oder der Teilnehmer Energiemanagementsysteme plant oder nutzt und kamen dann zu dem Ergebnis, dass, sagen wir mal, es war ungefähr 50-50 mit einer kleinen Mehrheit von Teilnehmern, die da noch keinen Zugang oder noch keine so starke Berührung hatten. Also ungefähr 45 Prozent der Teilnehmer planten oder nutzten Energiemanagementsysteme. Das ist insofern auch ganz sinnvoll und gut, weil das Energiemanagement ist ein ganz wichtiger Schlüssel, um auch ein Gebäude, was mit Gebäudeautomation ausgestattet ist, effizient zu betreiben. Hier eine Studie von der EUBAK zusammen mit der REFA zur Nutzung von Gebäudeautomation in den verschiedenen Zweckbau. und wir sehen eigentlich hier, wenn ich eine Gebäudeautomation installiere und sie einfach alleine lasse, dann steigt mein Verbrauch immer mehr in Richtung, wie wenn es gar keine Gebäudeautomation gäbe. Das ist auch ganz klar, weil es kümmert sich keiner darum, dass die Anlagen optimal laufen. Es werden Zeitschaltuhren verstellt und nicht mehr zurückgestellt. Sie haben Anlagen, die laufen auf Hand etc. Das heißt, die Energieverbrauchskurve wird Ihnen auf jeden Fall nach oben weglaufen. Wenn Sie ein Energiemonitoring haben, das heißt, Sie erfassen zumindest mal die Energieverbräuche, dann werden Sie diese Fehler erkennen und werden sie immer wieder korrigieren, sodass Sie eigentlich ungefähr auf dem Startniveau, als das Gebäude im Idealfall mit optimal eingerichteten Anlagen übergeben wurde, weiterarbeiten. Wenn Sie aber wirklich Gebäudeautomation und Energiemanagement koppeln und eine optimale Betriebsführung machen, werden Sie sukzessive immer besser werden. Das ist ja auch der Sinn und der Reiz des Energiemanagements, dass Sie konsequent sich weiterentwickeln. Und so werden Sie es schaffen, dass ein Gebäude, was wirklich optimal geführt wird im Verhältnis, wenn es nicht optimal geführt wird und Energiemanagement hat, verbrauchen die Gebäude rund 30% Energie nachher am Ende mehr. Und auch das ist ein weiterer wichtiger Grund, warum es insbesondere sinnvoll ist, Energiemanagementsysteme zusammen mit der Gebäudeautomation vorzusehen. Also der erste Fehler, den Sie im Sinne Ihres Bauherrn oder des Betreibers unbedingt vermeiden sollten, ist, wenn Sie ein Gebäudeautomationssystem installieren und dabei auf die Management- und Bedieneinrichtung verzichten, die Ihnen eine optimierte Betriebsführung erlaubt, dann investieren Sie zwar in eine Technologie, aber die kostet auch Geld, aber die birgt bei weitem nicht die Potenziale, die Sie haben könnten, wenn Sie eine optimierte Betriebsführung hinbekommen. Und die Einsparpotenziale, die ich Ihnen eben aufgezeigt habe, die sind immer noch enorm, auch festgehalten in der EN 1532. gehen wir davon aus, dass in Einkaufszentren rund 50%, 49% Energie gespart werden könnte, im Durchschnitt in Bürogebäuden 39%, in Schulen ähnliche Größenordnungen, in Hotels ein Viertel der Energie und in Kliniken, die traditionell gut geführt werden, ungefähr 18%. Also die Einsparpotenziale sind enorm und die können Sie nur bergen, wenn Sie ein vernünftiges Gebäudeautomationsmanagement idealerweise in Verbindung auch mit dem Energiemanagement betreiben. Sie alle kennen wahrscheinlich die ISO 50001, die Weltnorm zum Thema Energiemanagement und ich möchte einfach nochmal kurz den rechtlichen Rahmen dazu aufspannen, damit er für Sie auch transparent ist. Die ISO-Norm 50001 regelt ja die Einführung und die Unterhaltung eines Energiemanagementsystems. Also Management heißt, ich bemühe mich um kontinuierliche Verbesserung und verpflichtend ist es nur, ein solches Managementsystem zu unterhalten, wenn ich mich als Unternehmen von der EEG-Umlage befreien möchte. Das sind in Deutschland gar nicht so viele Unternehmen, die besonders energieintensiven Unternehmen wissen, sie können sich von der EEG-Umlage befreien lassen und das sind ungefähr 350 von den rund knapp 2500, 3000 nach ISO 50001 zertifizierten Unternehmen und Organisationen in Deutschland. Wenn Sie kein mittelständisches Unternehmen mehr sind, müssen Sie kein, ich sage jetzt mal, kein Management-System nachweisen. Sie müssen aber nach der EN, nach der europäischen Richtlinie 16.247, regelmäßig Energieaudits durchführen. Das heißt, wenn Sie mehr als 50 Millionen Umsatz machen oder 250 Mitarbeiter haben, sind Sie dazu verpflichtet, regelmäßig Energieaudits zu machen. Das nur für Sie auch nochmal als Grundlage. Das heißt, viele Unternehmen sind nicht zum Energiemanagement verpflichtet, aber doch eine ganze Menge, um auch Energieaudits zu machen. Warum ist die Gebäudeautomation und das Thema Energie so wichtig? Ein weiteres Schaubild finden Sie dazu auch in der VDI 3814, weil nämlich die Gebäudeautomation wirklich den gesamten Energiefluss im Gebäude steuert. Also zum einen natürlich, wo wir die Energie verbraucht, in der Regel in Räumen, in Lagerhallen, also überall da, wo in der Regel im Gebäude, im Raum Energiebedarf besteht. Der wird ja gemeldet über das Gebäudeautomationssystem, wird über die Energieverteilung angefordert und wird hier bereitgestellt. Also in Form von entweder, dass die Energie dort vor Ort umgewandelt wird, von Gas in Wärmeenergie oder dass Fernwärme übergeben wird, dass Kälte angefordert wird. Aber diesen gesamten Informationsfluss, den steuert die Gebäudeautomation und beherrscht somit den gesamten energetischen Prozess im Gebäude. Das sehen wir eigentlich auch ganz gut hier in den, wenn wir quasi auch uns nochmal angucken, wie man Energieeinsparung erzielt. Ich habe zum einen natürlich ein großes Thema, das Thema der Bedarfsreduktion. Also wenn ich den Gebäudeenergiebedarf reduziere zum Beispiel, dass ich tolle Materialien, starke Dämmung etc. einsetze, dann kann ich natürlich den Gebäudeenergiebedarf reduzieren. Die nächste Dimension hier ist, dass ich die Effizienzsteigerung im Gebäude erhöhe, dass ich also quasi hier tolle Energiesparprodukte einsetze, Energiesparleuchten, aber auch sehr effiziente Wärmeerzeuger etc. Damit komme ich also, erreiche ich eben, dass meine Energie effizienter eingesetzt wird, die idealerweise im Bedarf schon reduziert wird. Aber eine genauso wichtige Säule ist nachher im Betrieb, das Gebäude entsprechend gut zu managen und die Nutzung des Gebäudes, die Bewirtschaftung des Gebäudes an die Nutzung anzupassen. Und hierfür brauchen wir eben die Gebäudeautomation als ganz wichtigen Baustein dabei. Das ist ja auch ganz logisch, weil es ist ganz logisch, dass Sie die Gebäudeautomation und das Energiemanagement nicht voneinander getrennt betrachten können, weil wenn Sie irgendwo einen Mehrverbrauch online erkennen im Energiemanagementsystem, ist es ja nicht mehr als logisch, dass es der effizienteste Weg ist, diesen Fehler auch direkt zu beheben und direkt einen Anlageneingriff entsprechend vorzunehmen. Wenn Sie die Fehler erst oder wenn Sie den Mehrverbrauch erst ein Jahr später entdecken, dann haben Sie erst mal schon mal ein Jahr mehr an Energieverbrauch gehabt und haben vor allem die Einsparpotenziale auch im Sinne unserer Umwelt nicht nutzen können. Wie ist der Weg zum Energiesparen in so einem klassischen Zweckbau? Üblicherweise, das wird sicherlich ein Schritt sein, den viele von Ihnen gemacht haben oder machen müssen, auch weil der rechtliche Rahmen Sie dazu zwingt, ist, ich fange mit einem Energiemonitoring an. Das heißt, ich überwache meine Energieverbräuche, erfasse meine Zähler und werte das dann aus. Im nächsten Schritt ist, dass ich dann auch das tatsächlich kontrolle, also sprich, dass ich auch die Verbräuche richtig überwache und auch entsprechend eingreife, wenn irgendwas aus dem Ruder läuft. Das heißt, damit halte ich mich dann ungefähr auf dem Niveau, wie wir es vorhin gesehen haben, dass das Gebäude ungefähr so viel Verbrauch wie zu dem Zeitpunkt, als es quasi optimal funktionierend in Betrieb genommen wurde. Der dritte Punkt ist dann das Energiemanagement. Das heißt, ich bemühe mich auf Basis von der erhobenen Daten darum jetzt nicht nur, dass ich den Verbrauch halte, sondern dass ich das kontinuierlich verbessere, dass ich immer besser werde im Übereinanderlegen der Bewirtschaftung meiner Gebäude und der Nutzung meiner Gebäude. Und dann werde ich schon mal effizienter im Energieverbrauch. Und die nächste Stufe ist dann, dass ich wirklich das Energiemanagement mit der Management- und Bedieneinrichtung verbinde und dadurch quasi eine Online-Verbrauchsüberwachung habe mit Online-Eingriffen und Online-Korrekturen. Und das ist auch das, worauf jedes Unternehmen, was einen Nachhaltigkeitspfad verfolgt, achten muss. Also Sie müssen das Energiemanagement und die Management- und Bedieneinrichtung in einem System betrachten. Und auch hier zeigen sich Studien, dass das auch einfach die kürzesten Amortisationszeiten bringt. Weil wenn Sie aktives Energiemanagement haben und auch wirklich aktiv eingreifen, natürlich systematisch und auch in das Nutzerverhalten, dann realisieren Sie hier null bis zwei Jahre Amortisationszeit. Das ist also im Verhältnis zu Dingen, die viel längerfristiger sind, dass Sie an der Gebäudehülle arbeiten oder auch tolle Technik einbringen ins Gebäude, immer noch der effizienteste Weg. Und das ist sicherlich das, was in Ihrem Maßnahmenkatalog auch vorne dann stehen sollte. Mit guter Ausstattung haben eigentlich die Gebäude alle, die jetzt seit Ende des letzten Jahrhunderts irgendwie mal gebaut oder saniert wurden, die haben in der Regel schon auch eine einigermaßen effiziente Ausstattung und auch Gebäudeautomation an Bord. Wir hatten dann in dem Original-Webinar nochmal die Frage, wie stark die Kopplung bei denen, die beides zusammen betreiben, ist. Also ist Gebäudeautomation und Energiemanagement miteinander gekoppelt. Von denen, die eine Gebäudeautomation eingesetzt haben und die ein Energiemanagement eingesetzt haben, betraf das ungefähr auch nochmal die Hälfte. Also kann man davon ausgehen, dass ungefähr 25 in 25 Prozent der Fällen diese Kopplung wirklich schon Realität ist und auch gelebt wird. Also den zweiten Fehler, den Sie im Sinne des Bauherrn unbedingt vermeiden sollten, ist, dass Sie die Systeme nicht wirklich miteinander koppeln, sondern getrennt voneinander betreiben. Wenn Sie das Energiemanagement unabhängig von den Eingriffsmöglichkeiten betreiben, dann laufen Sie eigentlich den Einsparungen auch immer nur hinterher. Wenn wir uns noch die Zusammenhänge Gebäudeautomation und Energiemanagement, haben wir uns jetzt angeguckt, jetzt würden wir noch die Zusammenhänge Gebäudeautomation und Facilitymanagement gehen, gehen also noch eine Stufe höher eigentlich in den Managementaufgaben, rund um die Immobilie. Und Sie wissen wahrscheinlich, im Deutschen Verband für Facilitymanagement, der GEFMA, betrachtet man ganz klar natürlich Planen, Bauen, Betreiben. Ich möchte jetzt mal hinten anfangen und möchte Ihnen aufzeigen, wo auch dort der Ansatz für das Energiemanagement ist und auch die Management- und Bedieneinrichtungen. Weil im Endeffekt reden wir hier vom technischen Gebäudemanagement sehr stark, aber natürlich auch von dem kaufmännischen Gebäudemanagement, sprich dem ganzen Abrechnen oder dem infrastrukturellen Gebäudemanagement, das Gebäude instandhalten, sauber zu halten, damit es bewirtschaftet werden kann. Und wenn wir uns im technischen Gebäudemanagement die Aufgaben anschauen, dann steht da in der GEFMA-Richtlinie 3810 und in der DIN-Richtlinie 3810, das ist technisches Gebäudemanagement, das Betreiben, Dokumentieren, das Energiemanagement explizit genannt, Informationsmanagement, Modernisieren, Sanieren, Umbauen und das Nachhalten letztlich der technischen Gewährleistung. Und die Regelwerke unterscheiden auch zwischen dem automatisierten Betreiben, das betrifft die Gebäudeautomation und dem manuellen Betreiben. Das ist eben mit teilweise Unterstützung der Gebäudeautomation. Aber ganz gleich, alle diese Aufgaben oder viele dieser Aufgaben werden eben unterstützt, auch wiederum hier durch eine gut eingerichtete und am Nutzungskonzept orientierte Management- und Bedieneinrichtungen. Zum Betreiben brauche ich eben eine Übersicht, wo ist was gerade kaputt oder was passiert gerade. Ich brauche also ein Alarm- und Eventmanagement. Ich brauche natürlich ein Zeitplanmanagement als ganz zentrale Größe, auch in einem größeren Immobilienportfolio, dass ich quasi schon durch die Zeitpläne die Nutzung des Gebäudes und die Bewirtschaftung des Gebäudes übereinanderlege. Ich brauche, ich muss Dinge dokumentieren, also über mein Trendmanagement oder ich muss meine Verbrauchskosten verteilen. Ich muss bei Handlungsanweisungen dokumentieren, wer hat was jetzt ausgeführt oder auch überhaupt, wer hat überhaupt welche Eingriffe in das System vorgenommen, um gegebenenfalls auch meinen Dienstleistern aufzuzeigen, wo sie Potenziale haben oder wo sie einfach was falsch gemacht haben, wofür sie den Kopf jetzt auch hinhalten müssten. Im Energiemanagement brauchen wir auch Softwareunterstützung zum Monitoring und Controlling, aber auch für die weiteren Eingriffsmöglichkeiten oder auch für die Spitzenlastoptimierung. Im Informationsmanagement brauche ich die Dokumentationen an der richtigen Stelle und natürlich ist es interessant, insbesondere im Rahmen der Gewährleistung auch zu verfolgen, wann welche Anlagen ausgefallen sind und dem Facility-Management-Prozess das zur Verfügung zu stellen. Das macht man heute üblicherweise mit einer Schnittstelle zwischen der Management- und Bedieneinrichtung und einem CFM-System, hier jetzt am Beispiel von PIT-FM gezeigt. Wir haben also die Betriebsdaten, die hier ausgetauscht werden zwischen den Anlagen im Gebäude und hier dem Instandhaltungsmanagement. Wir haben Alarme und Ereignisse, die zum Beispiel im Störungsmanagement hier am Helpdesk auflaufen. Wir haben Verbrauchsdaten, die übergeben werden, um das Energiemanagement zu betreiben beispielsweise. Und die Schnittstellen hier sind wunderbar transparent und sorgen auch dann dafür, dass sie das Gebäude auch in der Betriebsphase, nicht nur in der Bauphase und in Betriebnahme, sondern insbesondere in der Betriebsphase auch im Gebäudeportfolio effizient einbinden und betreiben können. In der Bauphase selbst ist auch eine Management- und Bedieneinrichtung absolut sinnvoll, weil ich hatte vorhin auch gesagt, welche Anforderungen sich jetzt in dem Gebäudeenergiegesetz befinden, die Ihnen mehr oder weniger vorschreiben, dass wenn Sie heute einen Zweckbau umsetzen, dass Sie gar nicht umherkommen, dort eine Gebäudeautomation einzubauen. Und dort ist es dann so ein bisschen wie bei den Autos, weil Sie installieren ein teures oder ein aufwendiges Automationssystem. Aber ob das am Ende nachher tatsächlich die Effizienz bringt, die Ihnen die Norm vorgeschrieben hat, das sehen Sie überhaupt gar nicht, sondern das können Sie im Zweifel gar nicht nachverfolgen. Und deshalb ist auch die, in der Bauphase unterstützt auch eine Management- und Bedieneinrichtung, insbesondere eben beim Inbetriebnahme-Management, weil über die Management- und Bedieneinrichtung können Sie die Datenpunkte und die Funktionen der Gebäudeautomation wirklich validieren und auch die Fehlfunktionen dokumentieren. Und was auch jetzt immer mehr Einzug erhält über das technische Monitoring, ist auch das Erkennen so von klassischen Typfehlern, die von Fehlern, die quasi in vielen Gebäuden vorkommen, wo Fühler vertauscht sind, etc., die sonst im Betrieb eigentlich unter Umständen erst viel später auftauchen, dass sie Vorlauf und Rücklauf vertauscht haben oder andere Fehler. Und diese Fehler kosten auch alle Energie, aber sie können eben im Rahmen des Inbetriebnahme-Managements durch die MBE auch aufgedeckt werden. Und das ist auch so der dritte Fehler, den Sie aus unserer Sicht, aus meiner Sicht vermeiden sollten. Wenn Sie die GA-Planung eben für eine Management- und Bedieneinrichtung machen, sollten Sie auch immer das Betreiberkonzept im Blick haben und auch das Inbetriebnahme-Management mit einbeziehen. Auch ein häufiges Thema brauche ich jetzt wirklich in der Management- und Bedieneinrichtung gar nicht, ist die Frage des Budgets, auch im Rahmen des Facility-Managements. Wenn Sie eine saubere Vorarbeit haben, ist das Thema der Management- und Bedieneinrichtung kein so großes. Das will ich Ihnen gerade aufzeigen, weil die Kosten für die Gebäudeautomation sind nach schätzungsweise irgendwie nach DIN 276, Kostengruppe 480, Gebäudeautomation liegen irgendwo zwischen 1 und 4 Prozent. Je nachdem, wie schlau Sie das Gebäude machen, ist das der Anteil Ihrer Baukosten an der Gebäudeautomation und liegt dann als Beispiel hier bei einem Objekt mit Erstellungskosten von 50 Millionen irgendwie bei 750.000 Euro. Und die Einsparpotenziale sind aber auch auf der Management- und Bedieneinrichtungsseite-Ebene gegeben. Also wenn wir davon ausgehen, dass wir eine Management- und Bedieneinrichtung brauchen, um die Fehler bei der Inbetriebnahme aufzudecken, das Gebäude nachher effizient zu betreiben und auch wirkliches technisches Management zu umzusetzen, dann sollte eigentlich das Thema Budget da keine große Rolle spielen. Auch wenn man sich nochmal bewusst macht, dass eigentlich die Management- und Bedieneinrichtung irgendwie nur 5 Prozent, 5 bis 10 Prozent des Gewerksgebäudeautomation sind. Wir haben vorher gesehen, ein Gebäude ohne Management- und Bedieneinrichtung mit einem Energiemonitoring hält sich irgendwie die Waage dann, bleibt auf dem Niveau, des eingeregelten Niveaus stehen. Wenn Sie wirklich eine aktive Betriebsführung mit Energiemanagement machen, landen Sie ein ganzes Stück darunter und 20 Prozent weniger, sodass Sie eigentlich 30 Prozent am Ende mehr Verbrauch haben, wenn Sie auf die Management- und Bedieneinrichtung in Verbindung, also optimierte Betriebsführung in Verbindung mit einer Management- und Bedieneinrichtung verzichten. Also, was Sie denn auch als vierten Fehler vermeiden sollten, wenn Sie Budgetdruck haben, sparen Sie an anderer Stelle, aber sparen Sie nicht an einer vernünftigen Grundlage, um das Gebäude zu managen und weil sonst, wenn Sie die Management- und Bedieneinrichtung streichen, dann sparen Sie mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eben an der falschen Stelle. Last but not least möchte ich noch auf die Anforderungen für eine zukunftssichere Gebäudeautomation zurückkommen. Wir haben, Sie alle kennen wahrscheinlich, oder Sie alle kennen den Begriff Building Information Modeling, BIM. Und was brauchen wir jetzt im Gewerbe Gebäudeautomation von BIM? Und das ist auch eine gewisse Schwachstelle, weil der ganze BIM-Ansatz in der Praxis hört sehr oft eben vor der Gebäudeautomation auf. Natürlich erfasse ich den Baukörper in meinem Modell und ich erfasse auch einzelne Anlagen und Komponenten in meinem Modell. Und ich erfasse vielleicht auch noch die GA-Hardware, also die Automationsstationen, Zählungseinrichtungen, Zähleinrichtungen etc. in meinem Modell. Aber in vielen oder in allen Fällen hört eigentlich das Modell auf, wenn es um die Funktionalität dieser Automationsstationen zum Beispiel geht oder der Messeinrichtungen geht. Und das gilt es eben zu heilen. Denn das BIM-Modell muss auch bis runter in die Gebäudeautomationsfunktionen definiert werden. Und da gibt es einen tollen Ansatz, den ich Ihnen auch gleich nochmal vorstellen möchte. Im Endeffekt ist ein Dilemma, dass die Bauherren und Betreiber immer noch sehr, sehr wenig konkrete Anforderungen an die Gebäudeautomation oder an die Funktionen der Gebäudeautomation in Ihrem Immobilienportfolio stellen. Das ist sicherlich etwas, was Sie, wenn Sie Bauherr sind, auch heilen können. Eine zweite Herausforderung ist, dass es immer noch relativ wenig Erfahrung gibt, auch auf der Planerseite der Gebäudeautomation, wie man herstellerneutral wirklich Gebäudeautomation plant, sodass am Ende auch die Anlagen funktionieren und insbesondere verschiedene Projektbeteiligte zusammenwirken können. Es ist immer noch für viele einfacher zu sagen, ich gebe das gesamte Geberg an einen großen Hersteller, an eine große Regelfirma und die bauen mir dann das Gebäude. Nur wenn ich dann das zweite nebendran stelle und das mit der nächsten Firma mache, der nächsten großen Firma, dann kriege ich schon wieder Probleme, das alles zusammenzufassen. Und im Endeffekt, wenn Sie auch das an große Regelfirmen vergeben, haben Sie natürlich die Herausforderung, dass Sie immer eigentlich die Systeme und Funktionen bekommen, die der jeweilige Anbieter besonders gut kann und die er auch da abbildet, eben mit ihren eigenen Standards. Und das ist wirklich ein nicht unerhebliches Problem. Jeder, der ein größeres Portfolio betreibt, wird mir das bestätigen. Und die so umgesetzten Systeme, die führen auch in eine Sackgasse. Weil Sie können zwar sagen, ja, wir haben zwar überall Bagnet vorgesehen als Beispiel, als Standardisierung, als Offenheit, aber diese einzelne Standardisierung nur auf den Standard Bagnet ermöglicht Ihnen noch keine wirklich liegenschaftsübergreifendes einheitliches Management-Konzept. Und damit BIM wirklich funktionieren kann, braucht man eben weitere Vorgaben von Bauherrenseite und von Planerseite. Und die möchte ich Ihnen auch nochmal hier aufzeigen und besonders nahelegen. Wenn Sie zukunftssicher Gebäudeautomation und auch eine Management- und Bedieneinrichtung planen wollen, dann brauchen Sie in jedem Fall auch für die Schnittstelle hin zum Computer-Aided Facility Management erst mal ein eindeutiges Kennzeichnungssystem, was bis runter in den Datenpunkt wirkt. Was runter bis in den Datenpunkt wirkt. Also Sie müssen dafür sorgen, dass Sie, häufig verwenden Sie den Begriff Anlagenkennzeichnungsschlüssel, AKS, aber wir wollen nicht nur die Anlage bezeichnen, sondern wir wollen auch die Funktion bezeichnen, sodass ein sogenanntes Benutzeradresssystem daraus wird. Und das müssen Sie definieren bis wirklich in den Datenpunkt, sodass Sie immer die gleiche Art von Benennung eines Datenpunktes haben, wenn die gleiche Funktion hinten dran steht. Dass eine Temperatur immer in der gleichen Art repräsentiert wird, genau wie ein Aktorbefehl, um eine Jalousie zu fahren zum Beispiel. Und idealerweise, wenn Sie wirklich zukunftssicher sein wollen, dann vereinheitlichen Sie auch die funktionale Abbildung der Anlagen und der Aggregate. Das heißt, Sie definieren das bis runter in den Datenpunkt und sagen, in meinen Lüftungsanlagen, die gleiche Lüftungsanlage in all meinen Gebäuden wird mit den gleichen Bagnet-Objekten zum Beispiel beschrieben. Das nennt sich Bagtwin. Das ist ein Ansatz, den der Rupert Fritzenwallner und der Hans Kranz zusammen digitalen Zwilling genannt haben, das auch in einem Fachbuch sehr klasse Ende 2019 aufgezeigt haben. Und die erweitern die GA-Funktionsliste, die wahrscheinlich die meisten von Ihnen kennen aus der Gebäudeautomationsplanung, um ganz klare Vorgaben, welche Funktionen von Standardanlagen, wie zum Beispiel Standardlüftungsanlagen, mit welchen konkreten Bagnet-Objekten beschrieben werden müssen. Und Sie legen ganz genau fest, welche Objekte zu verwenden sind und welche Properties, also welche Eigenschaften in diesen Objekten bauherrnseitig vorzugeben sind. Und weiterhin verdonnern Sie die Errichter Ihrer Anlagen dazu, genau diese Vorgaben einzuhalten und um Ihre eigenen Properties zu ersetzen, die halt jetzt für den Anlagenbetrieb ergänzen, die für den Anlagenbetrieb notwendig sind und übergeben dann immer an Sie als Bauherr eine wirklich prüfbare Datei, dass die Automationsstationen genau nach Ihrem Standard eingerichtet sind. Und diese Prüfung, die kann man ganz einfach machen, da gibt es dann Tools dafür und damit stellen Sie sicher, dass Ihre Anlagen auch wirklich zukunftssicher und BIM vorbereitet errichtet werden und auch genau so in Betrieb gehen. Und ich kann das Buch nur empfehlen, nennt sich ein VDE-Verlag erschienen, digitaler Zwilling der Gebäudeautomation. Heute nennt man es, damit es nicht ganz so verwirrend ist, Bugtwin, weil er es an sich in dieser Umsetzung insbesondere sich für Bugnet-Projekte anbietet und auch die Umsetzung für Bugnet im österreichischen Bundesheer von Wuppert-Fritzenwein auch exakt auch dort beschrieben ist. Also, damit BIM funktionieren kann, brauchen Sie das Kennzeichnungssystem. Habe ich schon gesagt, dazu gibt es auch ein Webinar, vorhin schon mal kurz eingeblendet, dass Sie auch bei uns kostenlos nutzen können, was muss ich alles tun, um ein vernünftiges Kennzeichnungssystem festzulegen. Dann muss ich diese Kennzeichnung wirklich ganz konsequent bis in die Datenpunkte führen, habe ich auch gerade erläutert. Dann muss ich meine Anlagen so standardisieren, dass ich immer wieder gleiche Bugnet-Objekte für gleiche Anlagentypen verwende, also diesen Bugtwin nutzen. Und all das gehört in den Lastenheft für die Gebäudeautomation, weil durch dieses Lastenheft gewinnen Sie die Möglichkeit, genau diese Vorgaben in all Ihren Ausschreibungen, auch immer bei Sanierung und egal wann Ihre Anlagen angefasst werden, als Auftragsgrundlage festzuhalten und mitzugeben. Und im Endeffekt müssen Sie dann im Rahmen des Inbetriebnahmemanagements dafür sorgen, dass genau das, was Sie dort vorgeschrieben haben, auch eingehalten wird. Damit vermeiden Sie einfach extrem viel Ärger und Reibungen auch im Zusammenspiel von unterschiedlichen Gewerken und auch unterschiedlichen Anbietern. Jeder muss Ihnen ganz einfach nur, bevor er seine Anlage in Betrieb nimmt, die Tabelle mit allen Datenpunkten liefern. Die wird geprüft. Das ist ein Schritt, wie gesagt, unterstützen wir auf MWE-Seite von wenigen Sekunden oder Minuten und Sie können die, Sie spucken die Fehler aus und bitten um Korrektur, bevor die Anlage in Betrieb geht. Der digitale Zwilling der Gebäudeautomation hat, wie gesagt, da viele Vorteile. Er ermöglicht auch nicht nur die schnellere Integration und in Betriebnahme der Automationsstation, so wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, sondern er hilft auch auf der Management- und Bedieneinrichtungsebene, weil auf unserer Ebene kann man damit dann auch genau das Gleiche machen. Wir können quasi die MWE weitgehend selbst konfigurierend für Sie umsetzen, weil wenn Anlagen immer gleich beschrieben sind, kann man die auch auf unserer Ebene erkennen und die Management- und Bedieneinrichtung kann sich weitgehend automatisch einrichten, wie bei einem proprietären System, weil dort sind solche Annahmen im Grunde ja auch hinterlegt, aber halt eben nur in dem Standard von einem bestimmten Hersteller. Deshalb sind die meisten Hersteller auch nicht so richtig begeistert, wenn sie sagen wollen, ja, ich möchte aber hier zusehen, dass mein gesamtes Immobilienportfolio herstellerunabhängig bewirtschaftet werden kann, weil das ist für die auch mehr Aufwand, ihre Stationen entsprechend zu konfigurieren. Abgesehen davon verkaufen sie natürlich auch lieber ihre Sachen als einheitliches System. Und sie haben einen weiteren großen Vorteil durch den digitalen Zwilling. Sie erkennen nämlich Fehler, sowohl bei der Inbetriebnahme als auch im Betrieb, weil wir ja das Anlagenabbild haben, diesen digitalen Zwilling und haben damit auch die Grundlage über Mustererkennung auch zu erkennen, wo es denn jetzt tatsächlich zu Fehlern kommt. Und last but not least öffnen Sie mit dem digitalen Zwilling wirklich Ihr Immobilienportfolio für die Digitalisierung. Wir haben dazu auch eine eigene Veranstaltung jetzt im November 2021 am Dienstag, den 9. November im Gutenberg Digital Hub. Das ist auch eine Organisation oder das ist ein Ort der Zusammenkunft, wo wir uns auch sehr engagieren und auch mit den verschiedensten Disziplinen austauschen. Wenn Sie da Interesse daran haben, an so einer Veranstaltung teilzunehmen, finden Sie unter der URL www.smartbuildingalliance.com, unten auch geschrieben. Können Sie sich dort, können Sie die Teilnahme anfragen? Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, dass wir nur eine bestimmte Anzahl von Personen mit einer bestimmten Anzahl von Personen planen können aktuell und ich freue mich, wenn Sie sich dort registrieren und wir würden Sie dann auch, wenn die Veranstaltung jetzt dann tatsächlich auch stattfinden kann, auch informieren, dass sie entsprechend stattfinden wird. Ursprünglich war die Veranstaltung für Mai letztes Jahr geplant. Ich brauche Ihnen, glaube ich, nicht zu erzählen, warum wir jetzt im November 2021 sind. Zusammenfassend nochmal zu unserem digitalen Zwilling oder die Anforderungen an die Zukunftssicherheit. Wenn Sie heute ein GA-System, also ein Gebäudeautomationssystem ohne einheitliche Vorgaben eben an diese Datenpunktbezeichnung umsetzen, dann ist es ziemlich sicher, dass Sie das irgendwann nachholen müssen. Das können Sie auch auf MBE-Ebene nochmal glattziehen, aber egal wann, müssen Sie sich mit dem Thema beschäftigen und am sinnvollsten ist es eigentlich, Sie beschäftigen sich heute damit, bevor Sie Ihre nächsten Aufträge platzieren und führen diese Standardisierung ein, weil dann haben Sie nachher einen wirklich interpretierbaren Datenplus von der Ebene, von der Feldebene über die Automationsebene bis in die Management-Ebene hinein. Nochmal zusammenfassend, wenn Sie ein Gebäudeautomationssystem umsetzen, dann sehen Sie auch eine MBE vor, also eine Management- und Bedienanrichtung vor, weil nur dann rentiert sich auch langfristig die Management- und Bedienanrichtung, wenn Sie durch optimierte Betriebsführung auch wirklich dann Einsparungen erreichen. Koppeln Sie dafür das Energiemanagementsystem mit der Management- und Bedienanrichtung oder setzen Sie es in einem System um. Oder wenn Sie heute anfangen, wählen Sie eine Lösung, wo Sie mit Energiemanagement anfangen können und später die Option haben, das Gebäude, die Management- und Bedieneinrichtung für die Eingriffe auch im gleichen System umzusetzen. Machen Sie die Management- und Bedieneinrichtung wirklich auch Teil Ihres Betreiberkonzepts. Also bestellen Sie nicht einfach nur irgendwie eine Software und sagen Sie, ja, die gehört halt irgendwo dazu, sondern überlegen Sie sich vorher genau, welche Funktionalitäten auf der Management- und Bedieneinrichtung Ihnen helfen, Ihr Gebäude effizienter zu bewirtschaften. Und so sparen Sie dann auch Betriebs- und Personalkosten und auch Ärger. Verzichten Sie nicht auf die MBE, wenn Sie irgendwie Budgetdruck haben. Das ist an der falschen Stelle. Den Tipp kann ich Ihnen auch nur geben, das rächt sich auf jeden Fall am Ende mit der Nachhaltigkeit. Ich weiß, dass je nach Vertragskonstellation das vielleicht dann der einfachere Weg ist, aber für die ganzheitliche Betrachtung im Gebäude ist es auf jeden Fall Gift und an der falschen Stelle gespart. Und nochmal unser fünfter Tipp oder mein fünfter Tipp. Sichern Sie sich ab, dass Sie zukunftssicher sind mit Ihrem Gebäudeautomationssystem, indem Sie wirklich klare funktionale Vorgaben und Standardisierungen durchführen. Idealerweise den digitalen Zwilling der Gebäudeautomation oder den Bugtwin, weil sonst landen Sie vielleicht auch nach wie vor mit dem Einsatz von proprietären Lösungen irgendwo in einer Sackgasse. Ja, das war es von meiner Seite aus. Wir freuen uns, wenn Sie vielleicht auch an anderen Veranstaltungen von uns teilnehmen. Wir machen ja monatlich mindestens eins dieser Webinare. Die gibt es zu den unterschiedlichsten Themen. Ich hatte schon gesagt, es gibt zum Thema Kennzeichnungssysteme, gibt es ein Webinar, das steht hier gar nicht drauf. Wir haben auch welche rein zum Thema Energiemanagement oder auch zu den einzelnen Technologien wie Bagnet, Modbus und KNX oder auch zu einzelnen Managementfunktionen, wie ich da wirklich für meinen Betrieb die besten Funktionalitäten rauskitzeln kann. Sie können sich hier immer auf unserer Webseite anmelden unter www.iconac.com-expertenwissen, das ist noch ein Fehler in der Domain, iconac.com-expertenwissen oder Sie können auch unser offenes Schulungsangebot nutzen. Unsere Schulungen werden von vielen Bauherren, aber natürlich auch vielen Systemintegratoren genutzt und können entweder an unseren Praxisseminaren vor Ort teilnehmen. Da kommen wir quasi in Ihre Nähe und Sie lernen die wichtigsten Funktionen kennen, auf die Sie achten müssen, wenn Sie eine Management- und Bedieneinrichtung oder ein Energiemanagementsystem nutzen wollen. Sie können aber auch die Bicon-Schulungen nutzen für die Bicon-Grundkenntnisse oder Bicon-Fachkenntnisse. Hier können Sie sich auch auf unserer Webseite anmelden unter www.iconac.com-schulung, also nicht DE, noch ein Fehler hier in der Folie. Ja, das war's von mir. Vielen Dank. Wir sind heute ja quasi eine Offline-Aufnahme, deshalb wird es auch keine Fragen geben, sodass ich auch keine beantworten muss. Aber ich beantworte sie Ihnen gerne, wenn Sie Fragen haben. Hier sind meine Kontaktdaten. Rufen Sie mich gerne an oder schreiben Sie mir eine E-Mail. Wir freuen uns wirklich auf den Kontakt mit Ihnen, wenn wir Ihnen helfen können. Wir haben, denke ich, da eine ganz ordentliche Erfahrung und glauben auch, dass wir was zu Ihrem Erfolg beitragen können, um auch Ihre Gebäude energieeffizienter und auch von der Betriebsführung effizienter zu machen. Ich freue mich auf unseren nächsten Kontakt. Ihr Christian Wild.